Moin moin und herzlich willkommen zurück auf der Agonischen Mite, hier auch zu Let's Play Raft. Und wir haben immer noch vor, unser Schiff hier jetzt endlich mal auszubauen, hier oben. Und wie ich sehe, ich habe hier wieder jede Menge Müll, den ich eigentlich gar nicht brauche, auf Tasche. Und was mir auch in der letzten, äh, also als ich hier was da kaputt gemacht habe, was mir aufgefallen ist, ähm, beim Schneiden der Videos, ich habe vergessen, da eine Metall, äh, Sicherung reinzumachen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich noch einen Metallbarren habe, um das da zu verstärken. Hier haben wir nicht. Hier haben wir noch einen, zum Glück. Das müssen wir irgendwie, können doch Seile draus machen. Hier, das da ist ja nicht mehr verstärkt. Fehlt hier ja. So. Aber wir haben jetzt zum Glück die Netze. Eigentlich in den Hacken brauchen wir nicht mehr so dringend, wenn wir jetzt das Netz haben. Das heißt, wir könnten eigentlich rein theoretisch drauf losbauen. Und, ja, daraus können wir eigentlich das Seil machen. Hoppala. So, wo haben wir das Seil? Hier. Und wir haben ja jede Menge Planken wieder. So, wo haben wir die Wände? Hier. Wo ist mein Bauplan? Den haben wir hier. Okay. Das heißt, ich kann hier jetzt einfach drauf los, erstmal drumherum alles dicht bauen. Hä? So. Ja, ich würde sagen, wir machen da hinten auch weiter. So. Ähm. So. Und dann schauen wir nochmal nach Plastik an die wegschmeißen. So. Weg damit. Weg damit. Den schmeißen wir auch mal wieder weg. Und Boris ist da hinten. Können wir hier irgendwas erstmal lagern. Schrott haben wir jetzt wieder jede Menge. Dann die Ananas können wir hier reinpacken. Und die Himbeeren. Und die Mangos. Wir haben keine Nägel mehr. Dann haben wir jetzt erstmal wieder 40. Die lassen wir aber erstmal auf Tasche. Dann schaut mal, wie viel jetzt unten im Inventar ist. Ein Fast haben wir auf jeden Fall. Nice. Das heißt, wir werden hier jetzt. Ich wollte schon sagen. Habe ich hier jetzt irgendwie unsymmetrisch gebaut? Das heißt, wir können unser Schiff hier jetzt eigentlich so ausbauen, wie wir wollen. Ohne jetzt groß selber hier auf die Jagd zu gehen nach Kisten. Obwohl, die müssten wir so selber noch manuell knappen. So. Dann haben wir die. Und ein paar Planken haben wir noch dazu. Nice. Immerhin. So. Sieht schon nice aus. Mal gucken, wie viel jetzt unten ist. Wir brauchen definitiv irgendwas für Licht. Ist mich hier zu dunkel. Ist definitiv zu dunkel hier. Aber gefällt mir schon viel, viel besser. Und hier müssen wir eigentlich zumachen. Aber ich lasse das noch offen. Nun, um sicher zu gehen. Hier können wir auch noch irgendwas labern. Oder wir machen ein Plums-Klobe dahin. Und wir einfach dann da hingehen und uns hinorten. Und fertig ist. Ich weiß nicht mehr. Kann man hier eigentlich Plums-Kloß bauen? Oder muss das irgendwie durch ein Mod oder sowas kommen? Den haben wir verfehlt. So. Nein, zu weit. Äh, zu... Nicht zu weit. So, jetzt haben wir den. Ich glaube, den kriegen wir nicht über die Netze. Das ist da. Gehen wir mal kurz wieder nach den Netzen schauen. Ah, geil. Wieder so'n Pass. Boah, wieso haben wir die Netze nicht früher da aufgestellt? Ist ja viel, viel geiler mit den Netzen. So, und den da hinten wollen wir auch noch schnappen. Kriegen wir den? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, den kriegen wir. So, und jetzt können wir nochmal zwei bauen. So, einmal hier. Und nochmal hier. Da stellt sich mir jetzt eigentlich die Frage, weil wir als nächstes die Stützpfeiler haben wollen, wie wollen wir es hier oben eigentlich aufbauen? Dafür habe ich noch gar keinen Plan gemacht. Und die Stützpfeiler werden wir ja brauchen. Ah, nice. Boah, ich feiere die Netze mittlerweile, wirklich. Die Netze waren die besten Entscheidungen, die ich jemals hatte. Jetzt müssen wir aber auf jeden Fall was essen und trinken. Ja, komm, tauschen wir einfach so. Noch ein bisschen. Komm. Und dann können wir die zwei Kartoffeln noch schnabulieren. So, daraus können wir noch ein paar Seile machen. Ah, komm, egal. Machen wir aus allen Seilen. Und dann können wir die erstmal wieder hier zwischenlagern. Wir haben jetzt schon 33 davon. Krass. Die packen wir auch mal dahin. Warum haben wir wieder Steine im Inventar? Und wieder fünf Schrott. Woher kommt das Zeug? Können wir eben wegschmeißen. Weg. 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 Kugelfischkopf. Kugelfischkopf. Ah, ich wünschte, es gäbe ich hier sowas wie ein Spiegel. Komm, wir können auch mal die Kartoffeln hier eben hier wieder brutzeln. Da sind drei fertig. Nice. So. Ah, geil. Und jetzt haben wir wieder zehn. So, dann wollen wir jetzt mal die stabile Holzsäulen hier anfangen zu bauen. Jetzt ist nur die Frage, wo fangen wir an? Ab hier vielleicht? Ich bin mir nämlich nicht sicher. Oder komm, wir fangen hier und hier an. Jetzt müssen wir aber mal schauen, wie wir das dann genau hier machen werden. Aber das sind die ersten, die wir hier definitiv machen werden. Jetzt brauchen wir wieder ein bisschen Holz. Die wir nicht bekommen haben. Ah, ich finde es super. Trotzdem ist das mit den Netzen besser, weil wir dann nicht mehr selber aktiv uns darum kümmern müssen. Sondern einfach immer hin und wieder hier runter gehen, schauen können, ist Holz da? Nein, ja, vielleicht. Vielleicht sogar ein bisschen Plastik. Ein paar Palmenblätter. So. Dann wie machen wir das? So, eins, zwei, drei. Ja. Und dann hier eins, zwei, drei. Hier. Sieht so aus. Ja. Und dann machen wir das in drei Schritten nach vorne hin. Ich hoffe, da sind wieder... Ja, Planken sind wieder mit bei. So, dann hier nochmal eins, zwei, drei. Ja, nice. Aber dann müssen wir schauen, wie wir das dann hier mit der Raumaufteilung machen werden. Gibt es irgendetwas? Abgesehen von... Oh, eine Planke. Nice. Das heißt, wir können jetzt noch eine Säule bauen. Schutzpfeiler, Entschuldigung. Der ist ab da. Das heißt, er muss hier hin. Ja, nice. Ich glaube, ich habe da was vergessen. Die Fenster zu machen. Ich wollte hier ein Fenster haben. Ja, immerhin kriege ich drei Planken wieder. Und hier wollte ich auch noch ein Fenster haben. So, wo haben wir die mit den Fenstern? Hier. Ja, sieht schon nicer aus. Ich hoffe, jetzt haben wir wieder unten ein paar Planken. Ja, haben wir viele Planken gehabt. Jetzt unten. Oh, wir schwimmen direkt auf die Insel dazu. Das hat sich jetzt so angehört, als wäre unten was angekommen. So hoffe ich zumindest. Ja, eine Planke. Nice. Das ist besser als keine Planke. Und, wir haben schon fast zwei Monate überlebt. So, ich hoffe, da sind Planken bei. Nee. Diese, dieser Fass war eine Enttäuschung. Ich hoffe, der hat Planken. Eine. Ja, weg damit. Komm. Daraus machen wir eben Seile. Dann haben wir wieder welche. Ähm. Dann können wir Disf wegschmeißen. Schrott würde ich jetzt vielleicht sogar behalten. Schrott würde ich jetzt sogar behalten, wirklich. So. Nee, falsche Kiste. Dann nehmen wir das auch noch wieder hier hin. Nein. Wollte das so haben. So, die Seile können wir auch wieder hier zupacken. Plastik haben wir voll. Das heißt, Plastik können wir wegschmeißen. Und den müssen wir haben. So. Wenigstens wieder Holz. Nice. So. Weg. 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 So. Dann machen wir hier. Nein. So. Genau. So. Dann haben wir hier zumindest zwei Fenster. Dann brauchen wir wieder die Säule. Eins. Zwo. Drei. Wäre hier einer wieder. Schauen wir erstmal, ob wir wieder Holz haben unten. Plastik. Holz. Ja, zwei Holz wenigstens. Ah, das reicht. Das reicht hier wieder für einen. So. Eins. Zwo. Drei. Dann müssen wir schauen, wie wir das hier dann mit den Säulen hier machen. Wie haben wir das eigentlich unten gemacht? Hier ist eigentlich im Grunde nicht eine einzige dieser Säulen im Weg. Hier haben wir das in Zweierdingern gemacht. Nicht in Dreier. Ja, okay. Dann schauen wir, wie wir das hier machen werden. Ja, dann werden wir irgendwie eine Lösung finden. Weil ich jetzt es verbockt habe. Dann müssen wir das wahrscheinlich eher so machen. Eins. Zwo. Den wieder ab. Und jetzt fehlt uns Holz. Der muss aber auch ab. Ah, nee. Wir hatten den da. Ah. Verdammt. Egal. Wir reißen die alle erstmal ab. Wieder. Weil ich jetzt Mist gebaut habe. Es muss immer zwei nach vorne. Nicht drei. Dann haben wir hier eins. Und dann wäre da die zwei. Dann nochmal eins. Und hier wäre dann die zwei. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Und wir haben kein Holz mehr. Jetzt haben wir wieder welchen. Nice. Können wir nochmal einen bauen. Dann hier. Eins. Zwei. Das was wollen wir haben. Komm. Komm zu Papa. Ja, nice. Zwei Planken werden aber nicht reichen. Ich hoffe, unten haben wir wieder welche. Ja, geil. Eine. So, dann hier. Eins. Und zwei. Ist das... Ja, hier ist richtig. Genau. Dann machen wir das halt so. Und dann werden wir das hier so machen, dass es eher an den Dingern nur entlang nach vorne hingeht. Und an jedem dieser Pfosten, dass es nur noch senkrecht ist. So, ich hoffe, hier haben wir wieder welche. Ui, das war ein Druckler. Aber uns fehlt jetzt immer noch Holz. So, der nächste müsste dann hier sein. Und dann eins. Zwei. Boah, würde sogar noch perfekt bis hier hin passen. So, ich hoffe, unten gibt's nochmal wieder Holz. So, nice. Könnten noch einen machen. So, eins. Und... Zwei. Passt das? Ja. Und dann hier noch. So, bitte sei drei Holz drin. Nur einer. Toll. Hallo, Boris. Äh, ich hab hier ein bisschen was zu futtern für dich. Hier, guten Hunger. Kannst auch Steine essen. Oder Plastik. Such dir aus. Ah, Boris ist schon guter. So, jetzt brauchen wir wieder Nägel. So. Dann haben wir jetzt... 45. Werden wir alle brauchen. Gehe ich von aus. Und dann brauchen wir immer noch jede Menge Holz. So, ich glaube, den werden wir nicht so kriegen. Über die Netze müssen wir mit dem Haken holen. So. Nice. Dann haben wir die Seite schon mal fertig. Das heißt, auf der Seite gleiches Spiel nochmal. So. So, bitte seien Planken da. Nicht eine Planke. Planke. Blätter. Okay. Plastik. Manchmal hat man echt keine Ruhe, wenn man da runter geht. Schon interessant, finde ich. Das fast will ich haben. Komm zu Papa. Na komm. Ah, geil. Können wir sogar zwei bauen direkt. Nice. So. Eins und zwei. Eins und zwei. Komm schon. Ich brauche Planken. Eine reicht mir nicht. Ui, und wir haben wieder Durst. Und Hunger. So, jetzt ist die Frage. Wie werden wir das eigentlich hier unten dann aufbauen? Ich würde eigentlich sagen, der hintere Bereich. Nee, warte. Wir brauchen hier auf jeden Fall in dem Bereich eine Lagerhalle. Irgendwas zum Lagern auf jeden Fall. Und eine Kajüte quasi für die nicht vorhandene Crew. So, weg damit. Weg damit. Weg damit. So, aus euch kann ich eins machen. Hier, die packe ich mal hier runter. Ja, ich habe mich jetzt irgendwie echt nicht befasst, wie so ein Schiff eigentlich aufgebaut ist. Was soll ich mit so vielen Palmen blättern? Klar, ich kann Seile draus machen, aber wozu? So, weg damit. Weg damit. Kann wenigstens wieder einen hiervon bauen. Andere Seite. So. Eins und... Toll. Eins und... Zwei. Ist das richtig? Eins, zwei, ja. Jetzt ist nichts Neues da, okay. Die Frage ist... Wo machen wir was? Kanonenräume und sowas werden wir nicht brauchen, weil wir, soweit ich weiß, hier keine richtigen NPC-Gegner haben oder sowas, die mit Schiffen rumfahren, die uns attackieren könnten. Also werden wir hier unter Deck dann nichts dergleichen brauchen. Dann würde ich sagen, vielleicht machen wir, wenn man hier runterkommt, hier den Bereich vielleicht irgendwie... Was machen wir hier? Ich glaube, wenn man hier runterkommt, sagen wir mal, das wird dann hier hinten für die Schiffsleute, die ich nicht habe, der Raum. Hier dann irgendwie, ähm, hier Lagerhalle für jegliche Art von Waren. Und dann machen wir hier, auf der Seite, die ganzen, äh, Wergräume, sage ich jetzt mal so. Wenn man, äh, diese Schmiede als Beispiel. Und hier, äh... Was gibt's denn noch hier? Muss ja, es muss ja hier ein paar Sachen mehr geben, als die Schmiede. Gehe ich von aus. Ja, ich würde sagen, wirklich, dass wir hier oder da, die, äh, eins von den beiden wird dann, äh, Lagerhalle sein. Und die andere Seite wird dann quasi, hier, äh, Werkstätte und so weit sein. Und dann können wir oben, so ähnlich wie bei One Piece, hier, äh, die, äh, Thousand Sunny. Da können wir dann auch irgendwie so Wiese machen, dann können die ganzen Tierchen da rumlaufen und so. Werden wir aber auch ordentlich umzäunen. Wir können ja hier, glaube ich, Zäune bauen. So, genau hier. Hier werden wir auch einmal so drumherum machen müssen. Ah, ich bin am Überlegen, hier vielleicht schon so eine Treppe zu machen. Dass wir die einmal umdrehen. Wir brauchen erstmal wieder acht Holz. Haben wir acht Holz? Zwo, drei, vier Holz haben wir jetzt insgesamt erstmal. Und Palmenblätter. Den brauchen wir. Hier geblieben. Das ist mein Schatz, Boris. Ui, da war wieder ein Rucklapp. Da war aber ein ordentlicher Rucklapp. Es kommt jetzt auch ordentlich an Müll hier hin. Ich glaube, das packt gerade hier das Spiel nicht. Ist ein bisschen zu viel Müll oder so. Hier, der wette, meine Netze fangen gerade. Das, was ich gerade weggeschmissen habe, wieder ein. Komm, den will ich haben, ja. Und den will ich auch. Da war jetzt aber keine Planke mit bei. So, und jetzt. Komm. Komm zu Papa. Ah, nice. Wir haben wieder acht Stück. Würde ich sagen, wir machen das hier so. Dass hier dann nach oben geht. Genau, auch passend so zwischen den beiden hier... hier... ...frosten. Sag ich jetzt mal so. Und ich hoffe, hier ist jetzt wieder jede Menge Holz. Ja, wir haben... Wir haben ordentlich was an Holz bekommen. So, dann kommt hier nochmal... ...eins. Und hier nochmal eins. Perfekt. Und eine ordentliche Kiste kommt da jetzt. Nice. Geil, wir können jetzt nochmal eine... ...Säule machen. Und dann fehlt nur noch eine... ...und dann machen wir die Seitensäulen. Ja, die Seitensäulen erstmal dann. Schauen wir mal unten nochmal. Ich hoffe, da gibt es wieder... ...ein paar Planken. Ja, ein bisschen kommt da was zusammen. Haben wir wieder fünf Stück. Aber wir brauchen erstmal nur eine. Und... So, dann haben wir hier alles... ...die... ...forsten hier fertig. Also. Wir brauchen die Dinger. Ich würde sagen, wir fangen von hier an. Äh, nein. So. Und dann mal schauen. Diesmal brauchen wir nicht so viele Planken. Und so. Dann können wir... ...diss weg... ...hoppla. Dies wegschmeißen und dies wegschmeißen. Jetzt müssen wir wieder was essen. So. Und... ...die Rübe rein. Und die beiden Kartoffeln können wir auch noch rein... ...reinschmeißen. So. Daraus können wir nochmal ein paar Nägel machen. Aber wir haben hier wieder kein Holz, ne? So. Das wird jetzt für eine Säule wieder reichen. Oh, ich peier das schon. Ich will jetzt mal da hoch. Ich will mal sehen, wie das von hier aussieht. Ja, sieht schon auf jeden Fall nice aus. Wenn das hier jetzt alles dann zu... ...nem... ...fetten Boden wird... ...so dass wir das hier auch nur überdachen... ...freue ich mich schon auf jeden Fall drauf. Dann müssen wir überlegen, wie wir das dann vorne machen. Nochmal. Vorne muss das ja auch ein bisschen hier... ...so... ...äh... ...so eine Spitze vorne hinkommen. Müssen wir auch nur überlegen, wie wir das genau machen. Wie wir das entkriegen. Aber ich würde sagen... ...das planen wir alles dann in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer MaxDeus. Und... ...tschau. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018